Hallo zusammen, hier ist wieder der Outschner und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar wollte ich euch heute begrüßen zur zweiten Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition und ja, das letzte Mal hatten wir uns ja schon an ein paar TGC Sachen herangetraut bzw. an seltene Pads, die doch das eine oder andere Gold kosten und was ich mir die Woche geholt habe, will ich euch jetzt mal zeigen, diesmal nicht mehr so eine lange Vorerklärung, denn ich habe ja das letzte Mal schon gezeigt, was mir noch fehlt bzw. was ich denn schon an Kartenspiel-Items mir geholt habe. Jetzt schauen wir einmal rein, das erste Item, das ich euch zeigen wollte, ist das Windreiter-Junges, das seht ihr hier, das ist ein Pad, das man nur über den Blizzard Shop damals im US-Bereich gekriegt hat und zwar musste man da ein Plüschtier kaufen und mit diesem Plüschtier hat man quasi einen Code zugeschickt bekommen und diesen Code konnte man einlösen. Blöderweise ist das Ding schon eine Weile nicht mehr im Shop erhältlich bzw. EU-technisch war das nie im Shop, deswegen musste man sich das quasi aus den USA importieren. Ich habe jetzt wen gefunden, der noch so einen Code rumliegen hatte und zwar jemanden bei mir aus dem Stream, der hatte mir den Code hier verkauft, relativ günstiger Preis war das 200k, habe ich den Code bekommen, heißt ein bisschen Gold ausgegeben und dementsprechend habe ich jetzt das Windreiter-Junges hier. Ich hatte ja im letzten Video mir schon das andere geholt gehabt bzw. euch das gezeigt, ich habe jetzt hier einmal die Seite Simple Armory aufgerufen und da kann ich euch das einmal zeigen. Das haben wir nämlich hier unten müsste es sein, ich hoffe ihr seht es vernünftig und da haben wir nämlich zwei Pads, hier Blizzard Store, seht ihr, ist hier quasi mit drin, Windrider Cup, das ist das was ich mir jetzt geholt habe und das hier, diesen Greifen-Hedgling, das ist der, den ich das letzte Mal geholt habe. Diese ganzen anderen Pads, die sind soweit ich weiß alle im Shop noch erhaltbar und kann man sich ganz normal kaufen, das waren quasi die letzten beiden, die mir jetzt hier noch gefehlt haben. Wenn wir jetzt hier ein bisschen rüber schauen, was mir sonst noch fehlt, wenn wir jetzt hier oben gucken, die ganzen Pads habe ich bzw. Ingame können wir auch mal reinschauen. Wenn ich jetzt hier auf nicht gesammelt gehe, dann sind da noch ein paar Pads, die ich noch brauche und das sind aber alles Promotion Pads, also heißt die man durch irgendwelche Sonde-Events außerhalb von WoW kriegt. Wenn wir das jetzt mal ausblenden, seht ihr, das sind zwei Pads, das sind quasi der Gilden-Page und der Gilden-Herald, die sind beide von der Horden-Seite und die kannst du mit Malidschein nicht kriegen. Heißt, Ingame-Pads habe ich alle und auch einige Promotion Pads, aber leider nicht alle. Und jetzt können wir mal reingucken, wo die Promotion Pads noch her sind, die mir fehlen. Zum Beispiel hier von der Classic World of Warcraft Edition oder von der Collector's Edition von StarCraft, Cataclysm Collector's Edition, BlizzCon 2010, Classic Collector's Edition, Burning Crusade Collector's Edition, BlizzCon 2005 und so weiter. Also sprich, das sind alles so Collector-Pads. Mal gucken, ob ich da vielleicht noch das ein oder andere mir in der nächsten Zeit besorgen kann. Muss man mal schauen. Wird wahrscheinlich nicht ganz günstig, kann ich mir vorstellen. So weit zu den Pads. Bis Stand heute wäre es das das Einzige gewesen, was ich euch in dem Video zeigen wollte, weil es das Einzige ist, was ich mir geholt habe. Aber ich habe dann heute dann doch nochmal zugeschlagen und mir zwei weitere Sachen gekauft, die mich relativ viel Gold gekostet haben. Und zwar habe ich mein ganzes Gold auf dem Account zusammengekratzt oder auf beiden Accounts besser gesagt und habe nochmal 15 Millionen Gold investiert. Ja, das ist ein Haufen Holz und habe mir zwei Kattenspiel-Mounts gekauft. Und zwar möchte ich euch jetzt auch zeigen, ihr seht, ich habe jetzt 569 Mounts und wenn wir jetzt hier auf... Warte mal, wir können erstmal runtergehen. Sieht jetzt schön aus. Das sind noch alle, die mir fehlen. Es sind nicht mehr so viele. Hauptsächlich Insel-Mounts sind das. Und jetzt gucken wir mal rein. Wenn wir jetzt mal hier abwählen, nur Sammelkarten. Ihr seht, Sammelkarten habe ich jetzt schon einige. Ich habe mir zwei neue geholt. Einmal hier das geisterhafte Streitrost. Das ist das hier. Das kann übrigens auch fliegen, wie ihr seht. Ich wollte gerade einen Mount-Emote machen. Es ist ein Flug-Mount. Das hat mich... Was habe ich dafür gezahlt? Ich glaube 8,5 Millionen hat das mich gekostet. Und das andere, was ich mir geholt habe, deswegen habe ich quasi auch ein Mount weniger, was in der Liste angezeigt ist. Dieses Kamel, das absolut nicht hübsch ist, ja. Aber das war eins von den Mounts, die mir in der Liste angezeigt wurden. Und ja, das wollte ich ein bisschen weghaben. Deswegen habe ich mir das gekauft für, ich glaube, 6,5 Millionen. Nicht sonderlich hübsch, aber wieder ein Mount quasi mehr abgehakt aus der Liste. Achso, dann sollte ich euch vielleicht doch nochmal das eine Pad zeigen. Das hatte ich nämlich jetzt nicht rausgeholt. Nicht, dass sie dann gemotzt wird. Windreiter, dass wir das alles haben. Also hier packen wir auch natürlich das Windreiter-Junges aus, dass ihr das auch seht. Ist soweit ganz süß, hat halt große Augen. Und ja, kann man knuddeln. Mir ging es eher darum, meine Sammlung zu vervollständigen. So, dann gucken wir mal jetzt nochmal kurz rein auf Simple Armory. Da hat man nämlich ein bisschen schönere Übersicht. Wenn ich jetzt hier einmal auf Mounts gehe, dann sieht man, ich brauche noch solche Insel-Mount-Sachen oder so Geschichten wie das Jaina-Mutic-Mount. Und wenn wir jetzt zu den... Und... Char-Mount, ja, leidige Eingelegenheit, 80 Charts, fahre mich den Scheiß. Ähm, dann können wir jetzt hier unten mal gucken, wie es mit den Kartenspiel-Mounts aussieht. Und zwar brauche ich noch den blauen Tiger jetzt. Dann, äh, das, den, quasi den Hahn brauche ich noch. Das, äh, dann den Blazing-Hypogryph brauche ich noch. Den Amani-Drake. Ähm, dann den Schreiter und den Corrupted-Hypogryph. Diese würde ich noch brauchen, quasi hier die 5. Bei dem weiß ich nicht, ob ich mir das jemals holte. Der sieht eigentlich genauso aus, wie der normale... Also ich habe den epischen Spektaltiger, aber nicht den blauen quasi. Mal gucken, und der ist arschig teuer, dafür, dass er genauso aussieht. Also die 5 sind auf jeden Fall oben auf der Liste. Dann der Blizzard-Bear vielleicht irgendwann. Der ist aber auch arschig teuer. Und die beiden muss ich mir über Gold irgendwann mal aus dem Black Market dann noch entstehen. Und vielleicht das Char-Mount auch, wenn es nicht droppen will. Das muss ich mal gucken. Genau, das ist der Stand, äh, den ich quasi den Monat vorzuweisen habe. Waren jetzt dann doch zwei Mounts, ein Pad. Und ja, mal gucken, was wir dann in nächster Zeit kaufen werden. Da ich jetzt so gut wie kein Gold mehr habe, werde ich mir das nächste wahrscheinlich über Echtgeld kaufen. Wenn wir jetzt reingucken, ich habe auf dem Account noch 900.000 Gold. Und auf meinem, äh, zweiten Account habe ich jetzt noch... Alle... habe ich jetzt noch 2,9 Millionen, was nicht mehr viel ist. Heißt, wo habe ich mein Gold noch? Auf, äh, auf meinem Boost-Helada habe ich 1,3 Millionen. Das habe ich jetzt die letzte Zeit. Mein Boost-Shotter bin ich ja Bloody Coins, das Mount, die Erfolge und, ähm, Freehold-Boosts am Verkaufen. Da versuche ich jetzt gerade Gold zu generieren. Über, über die Geschichte. 1,3 Millionen habe ich jetzt schon gemacht. Die letzten, letzten 1, 2 Wochen. Und auf meinem Horden-Manger habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was. Genau, auch 1,3. Und sonst verteilt sich das halt auf, auf Kleinbeträge. Bei dem anderen auch. Heißt, ich muss jetzt ein bisschen Kohle wieder ranschaffen. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir uns nächste Woche, äh, nächste Woche sage ich, nächsten Monat. Ich versuche das ja mal monatlich zu machen. Und Anfang nächsten Monat wird dann die nächste Folge rauskommen. Ähm, ja, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ähm, was ihr euch so holen wollt, beziehungsweise wie ihr zu der ganzen Geschichte mit den teuren Kartenspülmauern steht. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Episode. Euer Tila. Bis dann. Ciao.